Ich hab gerade mit Zaya gespielt und gewonnen, ich glaub ich nehm die nochmal. Ich glaub ich werd krank, ich krieg Halsschmerzen. Wieso kann ich nicht pre-selecten? 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 Ich bin bereit. Wieso kann ich nicht pre-selecten? Wieso kann ich nicht pre-selecten? Okay, bring it up. Ja! Andamonium! Ja! Achtung, die Fragmente eines Zellnager-Artefacts entdeckt. Feindliche WGFs sind unterwegs, um sie einzusammeln. Sammeln Sie die Fragmente zuerst ein, dann erhalten Sie eine Belohnung. Glückwunsch, Sie haben genug Fragmente gesammelt. Gehe zurück zum Kampfgeschehen. Glückwunsch, Sie haben genug Fragmente gesammelt. Glückwunsch, Sie haben genug Fragmente gesammelt. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Nacht des Drachen euch. Die Schreine, die Schreine, die Schreine, die Schreine. Da! Ah, war's. Ah, war's. Das war's für heute. Oh 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 Anna It's Oh 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 Da! Aktiviert! Im Moment läuft es ja ein bisschen besser für uns eigentlich. Im Moment läuft es nicht so gut, aber es ist ein bisschen besser für uns. Das war's für heute. Okay. 6,9,9 Das, 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 das. Ich hab' ihn gebrannt. Wenigstens ist der trotzdem gefallen. Boah, ich werde echt krank, ey. Prost. Wäre da einer zu Hilfe gekommen, wäre die Sonja auch noch gestorben. Naja, was soll's. So ist das halt immer, ne? Die Schreine erwachen erneut. Wer wird den Drachenritter beherrschen? Ah, ah. Ich bin ein Schlechter von dir. Ich lade Sie sich nicht. Ah. Tollll? Seine Nachbarn. Das wird gut. 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 Ich wird gut. Super. Macht erfüllt die Schreine. Entfesselt den Zorn des Drachen. Eure Zitadelle wird angewiesen. Eure Zitadelle wird angewiesen. Schöne�betriebe werden ungefähr. Eure Zitadelle wird angewiesen. An der Eure Zitade und der Zaun. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020